Hallo Leute, heute schauen wir uns den Y3K an. Komischer Name, so schaut er aus. Ja, kleiner lustiger Move in Standard Version. Schaut nicht sehr aufregend aus. Man kann aber sehr gut kombinieren. Ich muss dazu den Sample Lover können, den normalen. Und den Chaplin kann nicht schaden. Das war es eigentlich schon wieder. Und wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, habt ihr das ja schon drauf. Zuhalbwegs mindestens. Also, schaut so aus. Ich mache einen Thumb Lover, das heißt bei der Weithändel halte ich. Ich lasse meinen Zeigefinger hier herinnen für den Chaplin. Ich mache einen Chaplin und komme dann wieder zurück. So schaut er standardmäßig aus. Schwinge weg, komme hier zum Zeigefinger, mache einen Chaplin und fertig. Man kann das auch gut kombinieren, dass man das später im Prinzip mit ein paar Chaplains macht und dann zu anderen Tricks übergeht. Schaut dann besser aus, finde ich. Dass ich jetzt wirklich noch ein bisschen was einbaue. Aber das könnt ihr später mal machen. Also, eigentlich ein sehr simpler Trick. Hört sich zwar jetzt hochtrabend an, why sweet cake? Aber macht den Thumb Lover. Schaut, dass ihr möglichst schnell mit dem Zeigefinger reinkommt. Dass, wenn das Messer sich zusammenklappt, ihr das Momentum gleich nutzen könnt für einen Chaplin. Wenn ihr den Chaplin fertig habt, schließt ihr wieder. Wenn ihr schon gut könnt den Chaplin und der euch taugt, macht nicht nur einen Chaplin, macht vielleicht einen zweiten dazu. Dann schaut es ein bisschen nach mehr aus. Ausklappen, zwei Chaplains oder so, zurückfahren und fertig. Ihr könnt auch dann weiter kombinieren, dass ihr jetzt ein Chaplin macht, den Chaplin mit euren Mittelfinger stopft, dann einmal das Handgelenk dreht, wieder nach vor geht und dann fertig seid mit eurem Trick. Würde es dann so ausschauen, dass ihr Chaplin macht, nochmal zurückfährt und so das ganze macht. Ja, wenn euch die Standardversion genügt, eigentlich brauche ich gar nicht viel erklären, aber es ist wieder ein Trick, den ihr kennt und den ihr schon könnt. Das heißt, schon langsam seid ihr schon fast Freestyler. Ich zwar nicht, aber ihr vielleicht. Ja, Ostern, was war's eigentlich? War sehr kurz, aber wieder ein Trick dazu. Hab mir gedacht, den kann ich euch rückzeigen, weil ihr den schon könnt. Ostern, was war's und ciao.